Hey ihr Titten und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute wollen wir uns etwas Neues aus dem Hause Testimony Records angucken und anhören, nämlich Nightbearer. Und Nightbearer haben bereits eine EP rausgebracht und ein erstes Studioalbum. Jetzt steht das zweite an und das ist die erste Single-Auskopplung. Nightbearer sind eine, ich würde sagen, Old-School-Deaf-Metal-Band hier aus NRW, also das heißt hier aus NRW, hier aus Deutschland aus NRW und ich bin sehr gespannt. Rauskommt du das am 24.06. guckt unten in die Videobeschreibung, dann kommt ihr zu Testimony Records und könnt euch das schon vorbestellen. Die Vinyls sehen mega geil aus, also guckt da gerne mal rein. Der Song heißt The Shadows Waiting und ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Sehr geheimnisvoll. Dramatische Musik Die Double Bass holen mich mega ab, aber geil, ich liebe es. Ich stelle mir das gerade so vor, die haben sich dann mit so einem Stroboskop einfach in den Wald gestellt und haben die ganze Zeit Blitzgewerder auf den Boden gemacht und haben das dann gefilmt. Solotime. Wurde mal kurz, das kommt bestimmt später nochmal, das Video geht ja noch ein bisschen. Ich finde es aber eigentlich ziemlich cool, dass es ja quasi so ein Performance-Video ist, aber man die Gesichter nicht sehen kann. Das ist ziemlich cool. Den Gitarren-Sound finde ich mal mega geil. Der bockt richtig. Boah, was hat das für ein Blitzgewerder. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Digga. Stromkosten. Aber die haben das ja schon irgendwie so ein bisschen zum Titel auch gemacht. Das ist jetzt endlich bei Nacht oder so. Es ist immer später geworden. Jetzt ist es richtig dunkel. Jetzt gehen sie noch irgendwo rein und da warten die Schatten. Der war Brudel. Ein paar Steine-Film, ein paar Bäume-Film und so. Ja, das sieht schon irgendwie alles cool aus. Machen wir so. So war wahrscheinlich das Meeting. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. double bass die schocken richtig doll oder kann noch 25 sekunden night bearer the shadows waiting lassen wir den auch gleich mal hier so stehen dann könnt ihr das gleich besser sehen ja das war night bearer mit the shadows waiting wie gesagt unten in die video beschreibung da kommt ihr zu testimony records und könnt das vorbestellen ich glaube ich guck mal diesen monat muss ich ein bisschen gucken aber wir haben auch noch zeit das kommen erst im juni raus und dann wird geil alter das logo schaut auch mega aber das wusste ich beim letzten letzten album auch schon ich freue mich riesig drauf und ja damit was das für dieses video ihr könnt da das spiegel verkehrt da oben ganz oben könnt ihr jetzt noch ein anderes video sehen nämlich die und der den festival vorbericht zum into the crypt meets quasi death strike festival und darunter irgendein anderes tschüss bis zum nächsten mal